Das sind natürlich für uns immer ganz spezielle Spiele, das sind Highlights. Das freut uns natürlich auch die Mannschaftssportler. Das sind immer sehr dynamische, sehr harte, aber sehr fair und korrekte Spiele. Ich glaube, das gibt eine spannende, kampfbetonte, vielleicht auch durchaus taktische Partien seitens der Trainer. Das sind immer tolle Partien. Gegen Kadetten ist immer ein heißer Tanz. Jeder will gewinnen. Wir spielen zu Hause. Wir wollen gewinnen. Wir haben zehn Spiele knapp verloren. Und deswegen gehen wir hochmotiviert in dieses Spiel. Wir haben gesehen, wir haben Titel dieses Jahr. Wir wollen auch die Leader-Position verteidigen mit allen Mitteln. Darum, ja, ich würde jetzt mal frech sagen, wir sind die Favoriten. Auf, auf, auf! Outro